Hallo zusammen, heute geht es um ein Update zur Technik. Und zwar hatte ich mich ja in einem Video, in dem ich die Technik vorgestellt habe, schon ein bisschen darüber geäußert, dass mir das mit dem Handy und dem Smart Race fürs Drücken von Chaos zu fummelig ist. Alles andere mit Smart Race finde ich wirklich perfekt, aber das Chaos drücken auf dem Handy, das müsste man sicherlich dann so gestalten, dass man auch am Tisch einen entsprechenden Handyhalter hat oder irgendwie anders. Das habe ich ja nicht eingeplant, deswegen gibt es jetzt ein Update. Und zwar habe ich mir den CU Adopter von Cockpit XP besorgt und der kann folgendes. Man kann ihn so konfigurieren, dass man entweder mit zweimal, oder meine Empfehlung dringend, dreimal schnelles Drücken der Weichentaste Chaos schalten kann. Und zwar kann das jeder Fahrer. Im Hintergrund konntet ihr schon sehen, wie es funktioniert. Wenn man dreimal sehr schnell drückt, dann wird Chaos geschaltet. Drückt man weniger schnell, passiert es nicht. Kann man jetzt hier auch gerade gut sehen. Also in der Praxis funktioniert es aber vollkommen ausreichend zuverlässig. Da drückt man sowieso sehr schnell, sehr oft hektisch auf diesen Knopf, um dann Chaos zu schalten. Das funktioniert gut. Ich zeige euch jetzt noch schnell, wie ich das eingebaut habe. Den Tipp zu diesem Bauteil habe ich übrigens in einem von euren Kommentaren bekommen, als ich mich über die Chaos-Funktion von Smart Race geäußert hatte. Und von daher, echte Bereicherung, super Bauteil, super Feature und jetzt zeige euch, wie ich es eingebaut habe. Erstmal muss man die CU aufschrauben. Ich habe hier eine Menge Kabel dran, weil ich wie gesagt eine leistungsgesteicherte CU verwende mit den Bauteilen, deswegen mehr Kabel. Dann habe ich mir überlegt, dass ich den CU-Adapter nicht unter die Bahn packe, weil dafür ist er zu hoch, sondern einfach neben meinen eh schon relativ hässlichen Lüfter, der meinen MOSFET kühlt, also daneben dann links den Platz für das Bauteil. Und da muss man eigentlich nur viel Kabel anlöden. Der CU-Adapter benötigt zum einen Strom, das ist das obere Kabel, also einfach plus minus von der Bahneinspeisung, Schieneinspeisung, in einem isolierten Kabel rausgeführt, an die Schiene, ein Loch gebohrt mit dem Dremel, zweites Loch mit dem Dremel gebohrt, nochmal ein geschirmtes Kabel durch und dort nur zwei Adern dann an die zwei Lötpunkte an der CU angelötet. Genau wie man das auch für andere Chaos-Taster auch machen würde. Auf der Webseite von Krogs.pt könnt ihr euch natürlich dann auch die Anleitung runterladen. Das ist nochmal alles schön mit Bildern erklärt und beschrieben, kann man nicht falsch machen. Ich habe dann noch Overhead-Folie an die Stelle gepackt, auf die der CU-Adapter dann aufliegen wird, damit er schön plan liegt und auch schon mal die ersten Kabel angelötet, wie ihr hier sehen könnt. Damit man die CU auch wieder zubekommt, habe ich noch in die Abdeckung mit dem Dremel ein paar Schlitze reingemacht, wie man hier sehen kann. Und dann passt das auch mit den Kabeln ganz gut. Damit man dreimal drücken muss, habe ich noch einen Lötchamper gesetzt, oben links. Und dazu einfach ein bisschen Lötzinn über die beiden nebeneinander liegenden Kontakte aufbringen. Mehr muss man dann nicht tun. Ich habe dann noch eine kleine Abdeckung für das Bauteil gebaut, aus einem kleinen Plastikblister. Schwarz lackiert, mit Heißkleber fixiert. Und so wurde die CDU dann auch wieder eingebaut. Habe im Rennbetrieb getestet, funktioniert einwandfrei. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir sie einfach in die Kommentare. Beantworte ich wie immer gerne. Bis bald.